ein herzliches willkommen lieber krebs zur taroskop legung mit ella wir sind in der woche 22 bis 28 10 2018 und wir schauen auch in dieser woche wie die energien liegen was du nutzen kannst was dir weiterhilft du entscheidest natürlich inwieweit du das nutzen kannst es ist eine allgemeine legung und kann deshalb nicht immer für jeden passen aber du siehst dir das raus was dir weiterhilft und dann hat es seine daseinsberechtigung so wir gucken mal welche energien von außen auf dich zu kommen also was deine umwelt so dir entgegenbringt wir haben den narren das ist eine unbelastete natur sage ich mal jemand der frei ist der unabhängig ist der gerne auch mal ein risiko eingeht und ja wahrscheinlich hast du ein paar leute um dich herum die so gestrickt sind und die dir so vielleicht auch ja mut machen selber auch mal ein risiko einzugehen je nachdem schauen wir mal was die karten sagen das erste was wir haben ist die karte wie du dich fühlst wie du über dich denkst dann haben wir deinen wunsch in dieser woche wir haben deine hoffnungen und ängste das was gut ist für dich in dieser woche das was vielleicht nicht so gut ist in dieser woche und natürlich den möglichen ausgang so und dann gucken wir natürlich auch nach den einzelnen wochentagen und da gucken wir nach den energien die wir an den tagen haben das kann natürlich auch mal ein tag vorher ein tag später sein aber wenn du dir diese legung vorher anschaust dann kommt dir sicherlich das ein oder andere bekannt vor und du weißt vielleicht wie du dann darauf reagieren kannst oder möchtest und da gucken wir natürlich auch welche energie du mitbringst für deine umwelt also wie du dich deiner umwelt präsentiert mit welcher energie und da gucken wir mal was wir für den krebs haben das ist gerechtigkeit du siehst die waage in der hand ausgewogenheit ausgleich gerechtigkeit vielleicht hast du das bedürfnis für gerechtigkeit zu sorgen etwas zu sagen etwas mitzuteilen oder du kannst vielleicht in dieser woche dazu beitragen dass gerechtigkeit geübt wird wenn dem so ist dann ist das sehr gut wie gesagt wir gucken was die karten sagen und dann können wir diese außen energien natürlich mit einfließen lassen dann haben wir für dich den montag dienstag mittwoch donnerstag freitag samstag und natürlich den sonntag wir beginnen wie immer mit der energie wie du dich fühlst wie du dich selber siehst und da haben wir die sechs der kälte das ist nostalgisch ja du siehst dich halt so ein bisschen ja schwelgen in vergangenheit vielleicht auch erinnerungen an schöne dinge kann auch sein dass jemand dich besuchen kommt aus der vergangenheit oder du einen kontakt wieder aufleben lässt es kann auch bedeuten dass du dinge die dir in der vergangenheit wertvoll waren die du vielleicht aus den augen verloren hast wieder in den sinn kommen und die du vielleicht jetzt auch in der gegenwart nutzen kannst je nachdem wir schauen mal was wir sonst noch so für dich haben was ist denn dein wunsch in dieser woche da haben wir die prinzessin der kälte das ist deine energie kälte energie gefühle ja und das bedeutet ja ein wohliges warmes gefühl du möchtest vielleicht auch gefühle teilen oder du möchtest ja jemandem deine gefühle zeigen und das ist ein sehr schöner wunsch ja also du möchtest es gerne ein bisschen gefühlvoller dann haben wir deine hoffnung und ängste in dieser woche und da haben wir den prinz der münzen das ist wie der ritter der münzen eine langsame aber stetige energie richtung erfolg das bedeutend natürlich auch disziplin durch haltevermögen und die erwartete geduld weil das eine sache ist die langfristig zum erfolg führt nicht von heute auf morgen und durch schnelle aktionen sondern durch die stetige arbeit an dingen das kann beziehungen bedeuten kann aber auch arbeit bedeuten also job dann haben wir die karte was gut ist für dich in dieser woche und da haben wir die vier der münzen die vier der münzen kann einerseits geiz bedeuten dass man das geld zusammenhält es kann aber auch bedeuten dass es gut ist dass du momentan das geld zusammenhältst weil vielleicht irgendwann später eine größere anschaffung ansteht das kann aber auch bedeuten etwas festzuhalten was dir sehr wichtig ist vielleicht die gefühle vielleicht eine person vielleicht etwas woran dir gelegen ist vielleicht auch etwas aus der vergangenheit dann haben wir die karte was nicht so gut ist für dich in dieser woche und das ist das ass der münzen ich denke mal dass wahrscheinlich in dieser woche der große geldsegen einfach noch nicht erfolgt das hat ja mit der arbeit zu tun das sind auch münzen aber es ist sozusagen eine ankündigung dass das möglich ist aber eben noch nicht in dieser woche das ist einfach noch nicht der richtige zeitpunkt dazu was ist denn der ausgang oder der mögliche ausgang in dieser woche tschern nun aus das ist der teufel das ist so ein bisschen obsession kann sein dass du vielleicht etwas obsessiv betreibst vielleicht auch obsessiv arbeitest das kann auch eine obsession sein um den nötigen erfolg zu bekommen aber das ass der münzen ist halt momentan noch nicht greifbar deswegen wäre das vergebliche liebesmühe und deswegen solltest du dich da auch nicht überfordern wir gucken da sowieso noch ein bisschen tiefer nach gucken wir mal wie die energien montag für dich da sind da haben wir die sieben der kälte da sind ungeahnte möglichkeiten also das ist so ungefähr wie ein kind das im spielwaren laden steht vor einem riesigen regal und sich nicht entscheiden kann das ist stress und das ist verwirrung weil was soll ich nehme ich kann mir nur eins aussuchen ja das ist die sieben der kälte und da bist du vielleicht auch so ein bisschen überfordert was ist das richtige jetzt für mich und da könntest du möglicherweise leute fragen die dir nahe stehen oder kollegen oder so die dir vielleicht da weiterhelfen können oder in der familie am dienstag haben wir die drei der stäbe das ist eine sehr schöne karte das ist so die sehnsucht nach dem horizont ja sich neu zu orientieren neue dinge kennenzulernen etwas neues auszuprobieren und vielleicht auch ohne zu wissen was da eigentlich draus wird oder was dann kommt ja wie sich das entwickelt ich möchte es einfach erkunden eigentlich eine schöne energie dann haben wir den mittwoch das sind die liebenden da haben wir dein gefühl die liebenden sind entweder auch eine liebesbeziehung die sich entwickelt es kann aber auch eine liebesbeziehung ich sage mal zwischen zwei freunden sein oder in der familie dass es darum liebe geht das ist nicht immer nur das liebespaar liebe an sich ist ja auch sehr vielfältig kann zu menschen tieren pflanzen was auch immer sein kann auch die liebe ja zum leben selbst sein oder die eigenliebe ja wir gucken da gleich noch genauer nach dann haben wir am donnerstag die energie der fünfte kirche das ist traurigkeit das ist ja man ist unzufrieden oder es gefällt einem nicht was man sieht vielleicht deshalb dein wunsch nach mehr gefühl dass du dich vielleicht ja von deiner umwelt oder so so ein bisschen ja vernachlässigt fühlst oder das bedürfnis nach streicheleinheiten hast sage ich jetzt mal oder einfach nach netten leuten die dich umgeben die freundlich sind vielleicht ist das halt im moment nicht so gegeben weil die anderen vielleicht zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind das muss jetzt nicht mal eine böse absicht dir gegenüber sein das kann einfach aus den gegebenheiten heraus der fall sein aber wie gesagt wir gucken da gleich noch nach der freitag wir haben die sonne alles halb so schlimm die sonne überstrahlt alles es wird besser es wird ja kraftvoller die sonne schenkt energie körperliche wie geistige seelische gefühlsmäßige etwas schönes wird sich am freitag für dich auftun wahrscheinlich am freitag am samstag haben wir den ritter der stäbe der ritter der stäbe steht für leidenschaft steht für Enthusiasmus ja und sich leidenschaftlich in etwas hinein stürzen wobei beim ritter der stäbe immer darauf zu achten ist dass diese leidenschaft leider nur ein kurzes feuer ist und wenn man jetzt irgendwas entdeckt was einem furchtbar viel freude macht dann sollte man versuchen diesen Enthusiasmus ja zu filtern zu kanalisieren damit man eben diesen Enthusiasmus auch länger beibehalten kann und da haben wir wieder den ritter oder den prinzen der münzen der dann sagt dauerhaft führt besser zum erfolg also nicht kurzfristig schnell auf die schnelle was dahin gezimmert sondern langfristig gedacht ja was auch bestand hat und was nicht kurzlebig ist Am sonntag haben wir das ass der münzen hier ist es noch nicht wirklich da am sonntag Zeichnet es sich ab das heißt der zeitpunkt ist halt ja ich sag mal noch jetzt nicht diese woche Aber das ist die ankündigung da kommt was da kommt was größeres aber wir gucken jetzt natürlich noch mal genauer hin Ja wir haben für dich hier wie du dich fühlst wie du über dich denkst da bist du ein bisschen Nostalgisch und denkst an früher vielleicht dinge Ja die dir am herzen lagen und die vielleicht in vergessenheit geraten sind das können natürlich auch menschen sein situationen gegebenheiten vielleicht fallen irgendwelche alten bilder in die hände zum beispiel Und da haben wir die sechs der münzen und ich glaube dass du so ein bisschen in der nostalgie Schwelgst im sinne von früher war alles besser früher war alles ausgewogener fröhlicher und so weiter Vielleicht hast du ja sogar recht aber vielleicht kannst du etwas dafür tun dass man das in die gegenwart holen kann Gucken wir mal mäßigkeit das kannst du wir haben da auch wieder diese ausgewogenheit Hier die waage also Gerechtigkeit du möchtest dass es heute auch wieder gerecht dazu geht wer möchte das nicht aber das kann man nicht mal so eben Herstellen da muss man natürlich bei sich selbst beginnen jeder einzelne Aber du kannst natürlich ein gutes vorbild sein dann wünschst du dir mehr gefühl Da ist die gerechtigkeit ja Und du möchtest in ruhigere gewässer dass das alles so ein bisschen harmonischer alles verläuft ja Dass sowas für dich auch ja sich anfühlt wie Nettigkeit und nicht dass du davor angst hast dass jemand versucht dich zu übervorteilen das verstehe ich hier haben wir Hoffnung und ängste dass sich die arbeit lohnt du bist dabei zu arbeiten du hast die kraft du hast die power Und du musst natürlich darauf achten dass du dir selber nicht zu viel auflädst Ja zehn der stäbe bedeutet dass du dir viel zu viel aufgeheizt hast und vielleicht auch im bereich Hilfe für andere nimm selber auch hilfe an ja das ist ganz wichtig wenn man gibt muss man auch empfangen können Gut für dich ist die vier der münzen ich glaube das bedeutet auch dass du deine Kapazitäten zusammenhältst also dass du dich nicht übernimmst nicht Überforderst ja die geizheizkarte kann auch im sinne von ich habe so viel gegeben jetzt bin ich ausgelaugt jetzt kann ich nichts mehr geben Und das erkenne ich also mache ich hier ein stopp und deine leute werden dich dafür feiern und das ist auch einfach gut so Weil wenn du dich verausgabst und ich sag mal so viele belastungen auf dich nimmst und anderen hilft und so weiter Bleibt ja irgendwann nichts mehr von dir übrig deswegen lass dich selber mal feiern dass dir selber helfen Und da scheint ein feuerzeichen zu sein schütze wird da oder löwe der oder die dich unterstützt ja das ist ja geschlechter unspezifisch hier Das sind einfach die karten das ist der könig der stäbe aber kann im allgemeinen Auch eine frau sein natürlich nicht gut für dich wäre jetzt hier auf das geld zu achten auf die Stabilität und sicherheit zu achten es geht um deine gesundheit darum dass du dich eben nicht überbelastet und da musst du von ab Stabilität und sicherheit alles schön und gut aber Dieses ass der münzen bedeutet ja auch dass du tatkräftig mitwirken kannst nur wenn du dich verausgabt hast und Für andere gearbeitet dass anderen geholfen hast dann bleibt ja nichts mehr übrig für dich selbst Darauf solltest du achten dann ist es auch da Dann haben wir den möglichen ausgang da haben wir diese obsession diese unglaubliche hilfsbereitschaft Und da sagt dir der ritter der stäbe das feuerzeichen so bis hierhin und nicht weiter ich werde Leidenschaftlich dafür sorgen dass du auch mal dran bist und auch mal zur ruhe kommst denn dein gedanken chaos bringt uns hier nicht weiter Ja du musst wissen Du musst dir selbst der nächst oder die nächste sein du musst für dich selber sorgen Und erst dann wenn es dir gut geht kannst du auch vernünftig für andere sorgen am montag kam ein überschäumendes Angebot und da ist ein könig der münzen ein erdzeichen Da sind jungfrau steinbock oder stier die möglicherweise dir dieses angebot unterbreiten und und Ja da musst du aufpassen wie gesagt lass dich nicht übervorteilen Überlege dir ob du dieses angebot annehmen möchtest oder nicht ob du das bewältigen kannst weil du ja schon überbelastet bist Und dann sei wie der nah fröhlich und frei und gehe die dinge an das ist die Übrigens auch diese energie die von außen kommt ja dem kannst du dich vielleicht anpassen dass du Unbelastet an dinge herangehst da ist etwas mit der drei der stäbe du möchtest dir deinen horizont erweitern und da ist die möglichkeit Ja bube der münzen du hast die möglichkeit warum du es nicht Aber das ist auch deine karte der wagen du gehst voran du wirst das tun was dir freude bereitet wo du dich wohl fühlst Welchen horizont du erobern möchtest ja und gibt ein bisschen von deinen anderen belastungen an andere ab Wir haben am mittwoch die liebenden und da geht es auch um arbeit wahrscheinlich arbeitest du wie verrückt daran die liebe ja mehr oder weniger Am leben zu erhalten für die liebe alles zu tun oder aus liebe alles zu tun ja Dein bauchgefühl sagt dir das brauchst du gar nicht ja die hohe priesterin sagt du bist wertvoll so wie du bist du musst dir deine liebe nicht Erarbeiten in anführungsstrichen sondern du hast diese liebe auch so verdient du musst nicht so viel arbeiten man kann es Zusammenarbeiten aber du musst nicht letztendlich derjenige oder diejenige sein der oder die Alleine das ganze trägt Wir haben die fünf der kelche und wir haben die acht der kelche und das bedeutet Du lässt ein paar dinge hinter dir vielleicht aus der vergangenheit du hast viel gearbeitet du hast dich bemüht versucht alles am laufen zu halten Jetzt sind die anderen mal dran und du musst einfach mal loslassen Gönne dir die ruhe die du brauchst und fühle dich gewertschätzt so wie du bist denn am freitag scheint für dich die sonne Und das ist auch so gewollt der hierofant Institution Auch das höre ich und der stern greif nach den stern lasst dich auch mal ein bisschen verwöhnen Lass mal die anderen ein bisschen arbeiten und genieße das dass du im mittelpunkt stehst dass du auch mal arbeit Abgenommen bekommst dass jemand da ist der dich feiert ja und für die münzen sorgen auch andere ja Du bist nicht der einzelkämpfer oder die einzelkämpferin Denk daran und es ist manchmal schwieriger etwas anzunehmen hat als etwas zu geben aber das musst du lernen Am samstag haben wir wieder diesen leidenschaftlichen ritter und wir haben die königin der münzen Das bedeutet möglicherweise eine feuer energie gepaart mit erdenergie also stabil und sicher und das ermöglicht dir dann auch die erweiterung zum horizont Dann haben wir am sonntag die ankündigung des asses der münzen und das Kommt in teamarbeit das musst du nicht alleine tun ja vergisst das bitte nicht mein lieber krebs Denn es gibt glaube ich ein paar leute um dich herum die dich sehr schätzen und die das auch mit dir gemeinsam Bewerkstelligen möchten und ja Du musst das nicht alleine tun da sind genug andere die dir hilfreich zur seite stehen und das vielleicht aus dankbarkeit tun Ich habe jetzt dieses wort dankbarkeit genommen weil es auch in der orakel karte steht Dankbarkeit ich bin dankbar für dieses leben und die möglichkeiten die es mir bietet Ja und wie gesagt die möglichkeiten Inhalten natürlich auch dass andere menschen die dich sehr schätzen auch die möglichkeit haben es dir zu zeigen Und die engelkarte die ich gezogen habe ganz witzigerweise ist kooperation Die engelweisheit rät ihr deine talente und fähigkeiten zum wohle alle einzusetzen Sage dich von machtkämpfen konflikten und rivalitäten los denn sie entspringen dem wunsch deines egos der sieger zu sein Wenn du mit anderen menschen kooperiert und mit vereinten kräften das höchste wohl für alle zu erreichen Fördert ihr damit harmonie und zusammengehörigkeit Eine solche zusammenarbeit spornt jeden beteiligten dazu an sein bestes zu geben Setze dir zum ziel dass jeder mensch seine arbeit als befriedigend empfinden soll dann wirst du überall um dich herum wohlwollen und harmonie Verbreiten die botschaft einer engel lautet bringe menschen zueinander und finde wege wie ihr euch gegenseitig Unterstützen könnt durch diese haltung des miteinander teilens wirst auch du von der zusammenarbeit mit anderen menschen Profitieren denn die engel werden deinen bemühungen ihren segen erteilen die affirmation ich kooperiere mit allen menschen Wenn das nicht gut passt ja so mein lieber krebs Dann nimm diese kraft pakete die von außen kommen Die unbedarft und risikofreudig sind sei fair sei auch zu dir selber fair Nimm die hilfe an sei dankbar dafür dass du menschen um dich hast die dich so sehr schätzen und die dich auch unterstützen wollen und zeigt deine dankbarkeit in dem du die hilfe annimmst Mein lieber krebs ich hoffe ich konnte dir damit auf den richtigen weg helfen ja dass du auch hilfe annimmst und die auch ein bisschen ruhe Gönnt und dann würde ich mich natürlich über einen daumen hoch freuen Und selbstverständlich auch über deine kommentare am ende der woche Und dann sehen uns hoffentlich dann in der folgenden woche wieder ich bedanke mich wünsche dir alles liebe und freue mich aufs nächste mal bis bald tschüss